Hallo ihr Lieben, in dem heutigen Video möchte ich zusammen mit euch beweisen, dass die Wurzel aus 2 eine irrationale Zahl ist. Und wir werden hier den Beweis von Euclid durchgehen. Er hat es schon bewiesen, wir müssen uns also nichts Neues ausdenken, wir müssen nur versuchen, diesen Beweis nachzuvollziehen. Und das ist ein Beweis durch Widerspruch, den er geführt hat. Das heißt, man geht dabei so vor, dass man erstmal das, was man zu zeigen hat, sagt man, dass das nicht stimmt. Also wir sollen zwar zeigen, dass Wurzel 2 eine irrationale Zahl ist, aber wir sagen erstmal, wir gehen mal davon aus, das ist falsch. Also wir gehen davon aus, dass Wurzel 2 tatsächlich eine rationale Zahl ist. Und dann führen wir das Ganze zu einem Fehler und dann wissen wir nämlich, dann haben wir gezeigt, dann musste Wurzel 2 doch eine irrationale Zahl sein. Und genau so geht man vor. Das heißt, angenommen, Wurzel 2 ist eine rationale Zahl. Also angenommen, Wurzel 2 wäre rational. Was bedeutet das jetzt? Wenn Wurzel 2 eine rationale Zahl wäre, dann könnte man Wurzel 2 als einen Bruch darstellen. Rationale Zahlen sind ja alles Brüche. Das heißt, man könnte Wurzel 2 als einen Bruch schreiben, in dem oben eine Zahl als Zähler steht und unten eine Zahl als Nenner steht. Wir kennen sie nicht, die Zahlen, aber wenn die Wurzel 2 rational wäre, dann kann man sie eben als Bruch schreiben. So, jetzt müssen wir schauen, was dann für diese Zahlen A und B denn gilt. Also Wurzel 2 an sich ist ja eine positive Zahl, das wissen wir auf jeden Fall. Dann sind A und B auch positive Zahlen und ganze Zahlen natürlich. In einem Bruch stehen ja immer ganze Zahlen. Also können wir sagen, das sind natürliche Zahlen A und B. Sowas wie 1, 2, 3, 4, 5, was auch immer. Was kennen wir noch über A und B? Wir würden gerne davon ausgehen, dass das hier ein vollständig gekürzter Bruch ist. Es gibt ja für einen Bruch verschiedene Schreibweisen. Du kannst ja 5 halbe schreiben oder 10 viertel. Das ist ja derselbe Bruch. Aber wir wollen von der gekürzten, vollständig gekürzten Variante ausgehen. Das heißt, dass A und B, also oben und unten, die haben keine gemeinsamen Teiler mehr. Das ist ja ein vollständig gekürzter Bruch. Das heißt, A und B sind auch teilerfremd. Das heißt dann einfach, die haben keine gemeinsamen Teiler mehr. Das sind unsere Voraussetzungen, können wir ja annehmen. Einen Bruch kann man ja immer kürzen. Und wir sagen jetzt, das ist die vollständig gekürzte Variante von diesem Bruch, der Wurzel 2 ist. Und jetzt können wir mit der Gleichung halt verschiedene Sachen machen. Wir quadrieren sie einfach mal und schauen dann, ob uns das was bringt. Wenn wir diese Gleichung hier quadrieren, dann steht hier nicht mehr Wurzel von 2, sondern nur noch 2 auf der Seite. Und hier steht A² durch B². Also jeden Teil, der hier irgendwie vorkommt, haben wir quadriert. Okay, bringt uns jetzt vielleicht noch nichts, aber wenn wir jetzt dieses B² noch auf die andere Seite bringen, also mal B² rechnen, dann steht da 2 mal B² gleich und hier auf der Seite steht nur noch das A². Jetzt können wir daraus was Schlussfolgern, denn hier steht A² ist 2 mal B². Was passiert, wenn 2 mal in irgendwas drin ist? Also 2 mal 5 ist 10, 2 mal 7 ist 14, 2 mal A ist auf jeden Fall immer eine gerade Zahl, weil ich multipliziere die ja mit 2. 2 mal irgendwas wird immer zu einer geraden Zahl. Das bedeutet, das steht nämlich jetzt genau hier, 2 mal irgendwas ist A². Dann wissen wir, dass das A² gerade sein muss, weil wir haben ja eine Darstellung gefunden, dass da steht 2 mal irgendwas ist A². Okay, wenn A² jetzt aber gerade ist, also eine gerade Zahl, dann muss auch A an sich gerade sein, weil wenn man die Wurzel aus einer geraden Zahl sieht, kommt wieder eine gerade Zahl raus. Wurzel aus 16 ist eine gerade Zahl 4, also 16 ist gerade, die 4 ist gerade. Wurzel aus 36 ist auch wieder eine gerade Zahl. Wurzel aus 25 wiederum ist eine ungerade Zahl, da kommt eine ungerade Zahl raus. Also das Verhältnis muss man halt eben kennen, dass Wurzeln von geraden Zahlen wieder gerade sind. Das heißt, das was wir hier geschrieben haben, passt. Wenn A² gerade ist, dann ist auch A gerade. So, das heißt, wir haben jetzt was rausgefunden über unsere Zahl, obwohl wir gar nichts angenommen hatten hier oben, wissen wir jetzt schon mal, dass A an sich gerade sein muss. Damit gehen wir jetzt mal auf die andere Seite, merken uns aber ganz kurz noch, diesen Zusammenhang hier, den markiere ich mal als Wurzel, äh, als die erste, als eine Gleichung, die wir uns merken, die brauchen wir jetzt nämlich gleich noch. Die habe ich auch auf die andere Seite geschrieben und wir merken uns, dass A gerade ist. Also diese Gleichung findet ihr jetzt hier nochmal auf der Seite und wir machen jetzt damit, was das A gerade ist. Wenn A eine gerade Zahl ist, das hatten wir ja eben schon, dann kann man A schreiben als zweimal eine andere Zahl. Also das haben wir ja eben gehabt, eine gerade Zahl kann man immer als zweimal irgendeine andere Zahl schreiben. Die 16 kannst du schreiben als zweimal eine andere Zahl, nämlich die 8. So, was bringt uns das jetzt? Keine Ahnung, aber er hat ja den Beweis gemacht, wir wollen ihn nur nachvollziehen. Er hat dann das Ding einfach mal quadriert. Machen wir mal. Das heißt A Quadrat, auch hier müssen wir jedes Teil quadrieren. 2 Quadrat ist 4 und k Quadrat wird zu k Quadrat. Okay, jetzt steht hier A Quadrat gleich 4 mal k Quadrat. Wir merken uns, unsere Gleichung von eben, habe ich euch gesagt, die brauchen wir noch, weil schaut mal, hier ist ein A Quadrat und da ist ein A Quadrat, dann können wir doch das da, was für A Quadrat hier jetzt steht, können wir ja dafür das A Quadrat einsetzen. Das heißt, dann steht da 2b Quadrat gleich und statt dem A Quadrat können wir hier dieses 4k Quadrat schreiben. Eine Gleichung ist das, wir teilen die mal durch 2, können wir ja machen, dann steht hier nur noch das b Quadrat alleine und hier steht 4 durch 2, das sind 2k Quadrat. Was haben wir denn jetzt rausgefunden? b Quadrat gleich 2 mal irgendwas anderes, na das hatten wir doch jetzt eben schon, dann muss das b Quadrat ja auch eine gerade Zahl sein, weil man es eben als 2 mal irgendwas anderes schreiben kann. Okay, b Quadrat ist also gerade. Dann wissen wir auch, wenn b Quadrat gerade ist, wenn wir die Wurzel ziehen, das hatten wir eben schon, dann ist das, was rauskommt, auch gerade. Also wenn wir aus b Quadrat die Wurzel ziehen, dann bleibt ja nur noch b übrig und das ist dann auch gerade. Seht ihr den Fehler schon, der jetzt tatsächlich aufgetaucht ist? Wir haben rausgefunden, b ist gerade und auch a ist eine gerade Zahl. Das heißt, das wäre sowas wie 18 durch 10, das sind zwei gerade Zahlen. Womit kann man zwei gerade Zahlen denn immer kürzen? Immer mit der 2, da steckt ja immer die 2 drin. Das heißt, das könnte man kürzen mit der 2 zu 9 Fünftel. Wozu ist das denn jetzt ein Widerspruch? Ganz am Anfang haben wir gesagt, wir haben hier oben die vollständig gekürzte Form von unserem Bruch. Also a und b sind teilerfremd. Da stecken keine gemeinsamen Teiler mehr drin. Jetzt haben wir aber rausgefunden, a ist gerade und auch b ist gerade. Dann muss ja die 2 in beiden drin stecken und das wäre eben ein Widerspruch dazu, dass wir gesagt haben, die sollen schon vollständig gekürzt sein, der Bruch hier oben. Und deswegen haben wir den Widerspruch jetzt gefunden. Das heißt, dass unsere Annahme hier oben falsch gewesen sein muss. Und da wir angenommen haben, Wurzel 2 wäre rational, wenn das falsch ist, bedeutet das, dass Wurzel 2 tatsächlich irrational sein muss. Und das ist der Beweis. Ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, beziehungsweise man macht Sachen, wo man gar nicht weiß, was, warum macht man die denn jetzt überhaupt. Aber ihr seht, es funktioniert. Also merkt euch die Schritte einfach. Man muss es hinbekommen, zu zeigen, dass a gerade ist und dass auch b gerade ist. Und das ist dann eben unser Widerspruch dazu, dass wir angenommen hatten, dass wir hier einen vollständig gekürzten Bruch hier oben schon stehen haben. Genau, ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie man diesen Beweis durchführt. Und falls ihr aber trotzdem noch Fragen habt, dann meldet euch dazu einfach in den Kommentaren.